Ja, das hier ist doch wirklich ein schönes Auto, oder? Und das zu so kleinen Monatsraten. Ich zeige Ihnen mal das Lenkrad. Das geht dem Stand immer ein bisschen schwer. Aber schön ist es. So, das ist hier der Kofferraum. Ah, schauen Sie mal, was da alles reinpasst. Ah, so viel Platz. Toll, oder? Ja. Vielen Dank nochmal. Wirklich, für 129 Euro im Monat. Schönen Abend. Tschüss. Ach, das läuft aber auch super. Alle wollen immer die geilen König-Autos mit den günstigen Raten. Ja, aber Outdoor-Haus-König hat doch einfach die besten und günstigsten Raten. Und das Tolle ist hier auch, immer ohne Anzahlung. Boah, aber was man hier alles ausfüllen muss. Oh, das sind tausend Seiten. Da sehe ich ja gar nicht mehr durch. Ja, und da muss man ja auch immer die günstigsten Raten ausrechnen. Oh, und dann vertippt man sich tausendmal. Da muss man wieder von vorne anfangen. Boah, nee. Also ich verkaufe ja schon gerne Autos. Macht mir ja schon Spaß. Aber dieses ganze Ausfüllen und so, nee. Das ist nicht meins. Also eigentlich wäre es mir am liebsten, dass ich einfach sage, passen Sie auf, Herr Meier hat das Auto gekauft. Machen Sie das mal. Füllen Sie mal alles aus. Hm. Hm, also eigentlich sowas wie eine Verkaufsleiterin. Das wäre toll. Hm, ich frage mal den Chef. Vielen Dank. Viel Dank. Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.